Willkommen zu Zeit und Raum. Es ist eine Sendung, in der ich mir Zeit und Raum nehme, um mit einem besonderen Gast über das Leben zu sprechen. Dankeschön. An einem Ort, der für das Leben meines Gastes irgendwie prägend war. Wenn du Pech hattest, dann war zwischendurch schon voll Alarm. Und dann wurden unten die Schotten dicht gemacht. Dann kam keiner mehr rein. Krieg ich mit Gänsehaut. Haben Sie Angst vor dem Tod? Neugierig ist man schon, passt auf. Muss man sein als alter Mensch. Auf irgendwas muss man neugierig sein. Und wenn es der Tod ist. Irrứaft. Bis zum nächsten Mal. inaccurate sor empresär Teleform.